da war ich noch gemutet aber so da sind wir wieder ich bin minimal krank nur minimal ja deswegen habe ich jetzt ungefähr eine woche nicht mehr gestreamt aber ich hoffe das könnt ihr mir verzeihen denn jetzt muss ich kurz schauen so ja ich habe jetzt ein bisschen an meinen einstellungen rum gespielt gehabt deswegen arbeite ich noch mal kurz daran es gab verstärkungen so auf 5 5 5 sollte jetzt klappen ja obwohl machen wir mal ein bisschen höher so so ok wo waren wir letztens stehen geblieben eisplanet wir haben kein genau wir haben kein lasers schwert ist ja letztens kaputt gegangen jetzt müssen wir schauen wie das jetzt ist wir können da lang und hier lang ich gehe mal rechts lang ich werde mich ab und zu mal muten ich hoffe man hört meine nase nicht hochziehen ich werde es versucht nicht hoch zu ziehen aber ja dann gehen wir mal hier lang aha aha da ist ein echo sehr schön und da oben geht es anscheinend auch noch lang glaube ich machte sens ein moment so test test macht mir ein bisschen lauter noch weil ich war letztens etwas zu leise hat mir gar nicht gefallen so soll jetzt klappern jetzt haben wir das uns gegönnt können wir da hoch irgendwie müssen wir da auch nö anscheinend eine sackgasse sieht nur so aus wenn es zwei knapp was wir jetzt auch geschafft habe was ich womit ich bald weitermache ist jede b-side von celeste heißt ich kann bald ja ihr wisst schon kapitel 9 weitermachen so ich habe schon vermisst das treatment moment wo und habe ich bei der mann hört mich ein bisschen atmen ne warte ja das ist jetzt ungünstig ein moment das wollen wir natürlich nicht das wollte ich eigentlich verhindern neus geht ein moment machen wir es mal so äh scheiße das war jetzt nicht so gedacht naja dann muss ich gucken ob ich nicht so laut atme ich hoffe man hört meine nase nicht ja man hört schon leider ein bisschen was mich bisschen ärgert ok so ich gucke immer noch ob man meine nase hört aber ja so da guck obwohl warte mal kurz kann ich aber direkt prüfen ne sorry dass ich jetzt unterbreche aber naja dann eben ja sorry wenn ich manchmal nase ne ne geräusche mit meiner nase mache so wir können jetzt dahin ok und wir laufen und wir sehen da ist etwas man hört warte mal kurz das hört man leider aber noise geht es nicht mehr so gut wie vorher oh noise geht es auch gar nicht an deswegen das sollte jetzt glaube ich wieder besser sein ne ich gucke mal kurz ja ich glaube das neues geht es besser ja neues geht macht das problem ein bisschen es tut mir leid aber ich ausschließen äh weil test wir lassen das neues geht erst mal an na guck mir mal aber neues geht macht oft die probleme ich habe jetzt jedenfalls das problem gefunden so weil ich hatte immer ein problem dass ich meine stimme abgehackt oder so und jetzt ist halt das neues geht deswegen lisper lispel ich auch manchmal gefühlt sorry dass ich jetzt die ganze unterbrechung hatte ich muss aber am neues geht ein bisschen spielen wir lassen uns jetzt erst mal an aber ja neues geht das problem schlimmste blizzard meines lebens alles scheint miteinander verbunden ja dann gucken wir mal woher da steht zwar aber wie äh unterspringen schätze ich jetzt nicht ne klettern auch nicht was muss ich jetzt machen ich dachte mal kann er vielleicht lang laufen ich muss irgendwie hoch hier klettern jipp so ich vollkampf vergessen dass man klettern kann so sehr schön okay dann hier so äh ne hier lang und dann hier rüber klettern ich hoffe mal dass wir das spiel heute durchkriegen so so okay oh was ist dies echo wahrnehmen ein großer jedi medizierte hier er kehrte an wichtige orte zurück und finiert über seine abenteuer und prüfungen okay ein moment ein moment ein moment kurz was nachschauen okay so weiter geht's ähm wo lang links runter hier geht's anscheinend nicht lang weil die tür obwohl ja aber wer dafür laser schwert brauchen wo untersuchen was kommt mir gerade untersuchen ja wie höh okay na dann jetzt dann wieder wieder runter holen wir johle war cool so dann runter ok wir sind schon da und hierhin haha erstmal scannen und was sagst du versammlungsraum da kommt kein kommentar nichts okay wohin damit dahin und dann könnte es auch dahin scheinend ja können wir verstärkungs fenster okay da können wir lang aber auch hier ich gehe mal kurz rechts lang obwohl hier sieht es schon zu richtig aus obwohl hier müssen wir teils auch hin dass die frage wo stecken wir das hier rein nicht mit der macht mit dem kristall das licht ging hindurch und trug die wärme ja das muss nur gucken wohin ich glaube das kabel müssen wir nicht so hinziehen wir müssen das glaube ich in der hand halten um irgendwas zu schmelzen los geht's oh scannen ja mal bitte licht verstärkender kristall ich sah noch nicht sind gerade ziel gekommen also müssen wir von oben erstmal anfangen sehr schön heißt wir sind hier schon mal richtig okay wir müssen doch irgendwo hinziehen können wenn wir mehrere gleichzeitig haben wollen wir müssen das ein bisschen runter kriegen wir noch eine ebene runter nee aber wir müssen das eis hier schmelzen stellt sich jetzt nur die frage wie ich kann es ziehen okay 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 oh du hast was gefunden scannen bitte hier die geräte okay du hast noch was gefunden okay statu eines jedis meisters so wie kommen wir dann erstmal wieder hoch ich glaube wir stecken hier erstmal fest obwohl da können wir hochklettern los geht's aber wie kommen wir hier jetzt wieder hoch wenn wir das irgendwo hin packen könnten ich weiß sie rein irgendwie quetschen oder so so hab ich denn überhaupt hier wieder hoch von dort aus vielleicht okay warte mal kurz ich schwinge mal kurz auf die andere seite ja ja so her wieder damit und dann hier dran so das heißt das heißt wir können jetzt hier hoch hier nämlich hier nämlich und da müsste der lichtstrahl jetzt eventuell was bewirken können ne der muss irgendwie runter der lichtstrahl können wir das teil eigentlich bewegen dass wir ja praktisch wenn man das teil hier drehen könnten oder so na dann hoch so und jetzt vielleicht auch nicht ganz nicht ganz das bringt uns leider noch nichts vielleicht müssen wir es nicht noch nicht so bewegen sondern da dran und dann den lichtstrahl umlenken so genau na genau so irgendwie anders lenken ne ne ok perfekt das hätten wir dann schon mal zack wir wieder auf die andere seite und dann hier rüber oh fuck nochmal nochmal scheiße ich habe ja gestern wieder rüber schwingen müssen so und zwar so perfekt und dann jetzt warte mal können wir das irgendwie betätigen ne dann oh wat ich dachte halt doch fest so wupp jetzt wissen wir irgendwie das hier wie machen wir das ich weiß ich weiß ich weiß glaube ich oder so wenn das jetzt funktioniert weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich perfekt so her damit so her damit sollte hoffentlich klappen so so und dann na hallo ach ne ach ne das muss auf die andere seite ich idiot so und dann bam jetzt aber jetzt sollte es klappen genau jetzt schmilzt es auch genau genau so jetzt haben wir das rätsel auch gelöst war cool das rätsel muss jetzt mal einfach verstehen was das spiel von einem wollte so meditieren auswut wir sparen natürlich erstmal so wohin gelangen wir jetzt ins wasser wir können jetzt aber schwimmen nicht wahr genau genau wo ist gerne easy schön und dann zack land hier hochklettern aus den rissen unter wasser dringt hitze aber hier oben ist es eiskalt ja er ruft mich es ist nicht weit er leuchtet auch etwas er will mich so ähnlich wie du wie süß oh what die war sprint ok oder nicht sprint nicht das stützt alles ab aber moment so ups so kleines beben alles in ordnung was hoffentlich hält das was könnte ich machen ich kann funken sprung machen was auch immer das sein sollte habe ich nicht ganz gelesen dass ich weiß noch mal lesen aber auch geht ja nicht mehr irgendwie scannen ja scannen oh krass wie sie wie du scannst meinen Arsch ne ja ja zeig mal ja zeig mal meinen Arsch sieht der gut aus ja sehr gut oi oi junge Tony Hawks wieder sehr schön und zack oh nö ich bin halt zu fett der ganze der ganze ne ihr wisst schon mein ganzes gewicht gegen dieses teil hat das ganze gletscher zum wackeln gebracht so was ist das fühlt sich an als wären überall geister nein geht es nicht es ist schwer hier zu sein danke dir es geht trotzdem wir haben die uns gefunden so machen wir die halt so kaputt wir müssen jetzt aufpassen so ich schaue nur kurz ich spür mal kurz hier durch hier aber hey hoch war geil ist die Brücke jetzt perfekt so steht sowohl haben wir eine Abkürzung noch geschaffen ja anscheinend kurz meditieren noch mal kann ich ich bin jetzt ich wollte irgendwas auf level 3 haben nicht wahr war es das hier ja es bleibt nur level 1 was ist das oh ich will noch kurz gucken nee ich gucke mir gerade alles an oh wir haben jetzt schon fast alles ne oh das braucht 3 das wäre eigentlich auch gut aber ich glaube wir nehmen das hier sehr gut so wir sind jetzt hier runtergesprungen aber so zack hier oben oh ich sehe es ein Licht okay oh wenn ich jetzt hier runter springe passiert doch was bestimmt nur 50% erkundet was passiert wenn ich hier runter springe guck mal da ist doch schon was und macht um Kontrolle so da brauchen wir ein Lichtschwert dafür ich habe auch gelesen dass man hier auf diesem planeten neue farben kriegen kann ich hoffe es doch so wir sind wahrscheinlich durch oder auch nicht was müssen wir schwimmen ja so Augen offen halten sehen wir etwas hier ich glaube nicht so dann aber hier hin sehr schön und wenn wir unser Lichtschwert haben erkunden wir die ganze die ganze Gegend hier so ja was für ein akrobatischer Typ der noch ist ne ich bin auch BD2 so süß oh oh nein oh wow ohne BD jetzt nein aber du kannst dich wieder schnell schwimmen oder wird es zu kalt ich glaube zu kalt deswegen hä 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 Was ist das? Oh, 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 oh. Oh. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Oh. Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl. Alter Freund. Du hast für mich... ...deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt es eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Wenn du deinen Küberg-Kristall interagierst. Bewege, um die Farbe zu wechseln. Oh. Gelb. Orange. Ist das Lila? Ich weiß nicht, weil es gibt, ich will Lila haben. Aber ich weiß nicht. Das ist ja rosa. Ich gucke mal kurz. Einen Moment. Ja. Welches Video aussieht. Jedi Fallen Order. Lightsaber Color. So. So. Einen Moment. So, ich muss gerade gucken, welche Farben das sind. Das hätte ich gerne. Ich glaube, das ist das hier. Oder? Obwohl, das ist Magenta. Oder? Oder Indigo. Ich muss das nachgucken. Ich muss das nachgucken. Sorry. Hoffentlich haben wir das mit Bildern auch. Äh, ich hoffe mal kurz. Ich muss mal gucken. Sie haben das nicht mal mit Bildern. Wollen die mich verarschen? Weil, das ist Indigo wahrscheinlich. Und das ist... Was ist Magenta? Gelb? Orange? Ich weiß nicht, ob das Lila ist. Oder Magenta. Ich glaube, das hier will ich haben im Endeffekt. Die Bilder davon. Wäre ich glücklich damit. Wäre ich glücklich damit. Ich guck mal kurz. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen brauche. Aber ich brauche das... Ich brauche halt... Ne? Wir bestätigen das mal dann hier, oder? Grün. Also wir gehen jetzt alles durch, ja? Ne, das ist Magenta. Stian, Blau, Magenta. Das muss Indigo sein. Äh, das ist... Blau. Warte mal kurz. Ich guck mal gerade kurz. Das muss... Wir gehen mal kurz zurück. Ich guck gerade mal kurz. Einen Moment. Ich glaube, ich weiß... Sorry, ne? Aber... So. Das ist wahrscheinlich Normalblau. Das ist jetzt... Grün. Lila. Orange. Gelb. Wir hoffen mal, dass es... Dass es hier lila ist, ne? Ich hoffe es. Bitte. Aber nicht irgendwie rosa, oder so. Okay. Moment aber halt. Ja, oder? Ist es lila? Das sieht eher aus wie rosa. Ich bin übrigens, ob es lila ist. Obwohl... Wir können jetzt alle Farben haben. Violett, doch. Das war also violett. Okay, wir haben lila. Gut. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber hey. Wir haben uns umsonst die ganze Zeit die Fragen gestellt. Sorry. Ich habe jetzt umsonst recherchiert. Wie? Können wir nochmal wechseln? So. Wir haben jetzt endlich lila. Was ich immer haben wollte. Jawolleck. Endlich. So, jetzt rasten wir auch komplett aus, Sammler. Oh. Ich muss nur kurz... Äh... Mir auch den Stream anhören und zu gucken, ne? Ob alles auch normal läuft, weil... Ich habe keinen Bock wieder auf das Knack gehört. So. Ich muss jetzt mal den Weg hier freiräumen. Zack. So. Wir könnten zwar noch das Innere ein bisschen erkunden, aber... Null Bock drauf. Oh, hallo, Freunde. Sorry, Freunde. Und tschüss. So, weg mit euch. Tschüss. Sehr schön. Hallo. Du wirst dich besiegen. Bin sicher. Ich glaube, ich bin fertig. Und tschüss. Ich spiele es gerade ein bisschen laut, ne? Aber egal. Wir sind auch laut. Muss mal, glaube ich. Doch. Ich mache mal ein bisschen auch meine Ausgabe lauter. Nee, chill, chill, chill. So. So, jetzt aber. Oh, 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 oh. Jetzt aber, komm. Na. Chill, chill, chill. Wir geben das doch so. Wir werden dich ausschalten. Nee, Mann, nie im Leben. Sehr schön. Wir haben es dir komplett ausahmen. So. Kommt her. Sehr gut. Heiland. Guck mal, wie wir die gerade alle austanzen. Alter. Wir sind endlich stark. Hacken. WD, Tür. Oh, im Wett. Oh, lol. So. So, lol. Okay. Wie rastet jetzt hier aus? Ah, Mann, da. Oh, lol, 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 lol. Die aber auch. Ey, ich war doch gerade im Angriff. Alter, chill. Chill. Let's go. Let's go, komm jetzt. Wir besiegen jetzt alle hier. Für die Punkte. Warum? Sehr gut. Die sind gar keine Bedrohung mehr für uns. Warm, Junge. Oh, oh. Nicht sterben. Heiland. Ich weiß, sie muss man nicht bekämpfen, aber ich tue es trotzdem. Bam. Höh. Komm her. Das klonk. Komm her. Nein. Und tschüss. Sehr gut. Hecke. Puh, das habe ich gebraucht. Hecke. Wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein. Oder entdeckt. Und das ist nicht alles. Sie bauen Kalberkristalle ab. Käpt'n, bereit machen zum Start. Wenn du nach Hause bist, kann ich den Verräter nehmen. Okay, sehr gut. So, erstmal auswuppen und weiter. Sehr schön. Und. Was ist hier? Hier ist auch bestimmt was versteckt. So. Was ist denn hier versteckt? Guck mal. Natürlich hast du was gefunden. Sehr gut. Was ist hier? Oh, halt. Sehr schön, aber. Äh, ging es da auch nicht lang? Ne, das war eine Abkürzung dahin. Okay. Abkürzung brauchen wir nicht interagieren. Oh, wow. Komm, nochmal. Oh, oh. Nicht gut. So. Let's go, Alter. Wir machen guten Schaden. Nö. Sehr gut. Und weg mit euch. Wir gehen hier die Schaden zu. Ey, jo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben es in den Kreis gedreht. Okay. Null. Wohin müssen wir denn jetzt zurück zum Schiff, ne? Oder? Wenn wir jetzt hier hingehen. So. Komm her. Komm her. Seine Verteidigung ist zu hoch. Nein. So, komm her. Oh, oh. Ich sterbe, sterbe. Entschuldigung. Da kommt mein Husten durch. Na gut, nochmal. Sehr schön. So. Irgendwas da markiert. Keine Ahnung. Egal. Oh, nee. Raketenwerfer. Der zittert. Sehr gut. Schießt auf eure eigenen Kollegen, bitte. Damit wäre ich mich sehr verbunden. Oh, oh, oh. Heilen. Heilen. Let's go. Oh, oh, nein. Oh, fuck. Hey. Gott, oh, fuck. Junge, ich sterbe hier noch wegen. Okay, okay. Das Spiel will zwar, dass wir gehypt sind, aber ich sterbe hier gerade. Nein, ist sehr gut. Die aber auch. Und tschüss. So, jetzt müssen wir schnell darüber. Da lang. Hui. So. Let's go. Okay, das ist gerade echt gut. Hallo. Hallo. So. Oh, oh. Nicht gut. Auch von hinten. Ist das... Uiuiui. Okay, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Ja. Oh, fuck. Ja. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, doch. Ich kann allen ausweichen. Sehr gut. Oh. Nein. Heuer auf den Jedi. Huh. Ich kriege ihn. Ah. Fuck. Ich sterbe, glaube ich. Ja. Da dachte ich mir schon. Ah, shit, 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 shit. Uh, das geht doch schon ein bisschen ab. Das geht doch ein bisschen ab. Aber nochmal. Was war es? Das war ich. Bist du nicht? Ah, ich liebe die Sprüche. Auch komm, jetzt war. Baden, Junge. Na gut. Wupp, wupp. Und weiter geht's. Wie rast du jetzt aus? Nein. So. Sehr gut. Jetzt. Sorry, wenn ich rede, aber. Oh, der ist drunter gefallen. Lol. Na dann, hierüber. Zack. Oba. Hallo, Freunde. Nice. Bam. Oh, was? Noch mal. Da steht, aber es steht. Ja, deine Mutter auch. So. Und weg mit euch. Guck mal, ihr seid viel, viel einfacher als vorher. Ey, 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 ey. Das ist echt deine Mutter. Guck mal, ich zeig dir. Ich geb jetzt gleich Jedi. Weg mit dir. Perfekt. Oh, no. So, stimmt. Stimmt. Verfolgung aufgenommen. Oh. Nice. Verfolgung aufgenommen. Er hat mich erwischt. Das war dein Kollege, äh, Kollege, nicht ich. Oh, fuck. Belehrt. Deine Kollegen sind echt gegen dich, ne? Weißt du was? Der regt mich ein bisschen auf. Oh, fuck. Hat nicht so ganz funktioniert. Oh, fuck. Na dann stirbt. Ah, ich hab keine Energie, äh, keine, ne? Hier bist du schon. So. Ey, ey, ey. Ey. Sehr gut. Jetzt aber. Ey. Komm, komm, komm. Na, bis. Sehr gut. Okay, das ist neu. Okay, das ist neu. Tschüss. Tschüss. So einfach. Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mentis turnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. Okay. Dann hier wieder runter. Oh, Leute. Man konnte da durchsehen. Jetzt haben wir ja schwimm, schwimm. Die, das hier öffnen. Oh, die Scheiße. Nice. Kurz nochmal gucken, wo lang. Ich kann auch die Karte jetzt nicht öffnen. Ich habe jetzt gerade die Orientierung verloren. Egal, gehen wir jetzt hier lang. Müsste ja schon richtig sein. So. Warte, ich sehe es. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Und hier durch. Wütender Jüngling. Okay. Und hier durch. Ich glaube, wir sind weiter nach rechts. So, komm. Alter, die Anime hat zwar jetzt ein bisschen lang gedauert. Die hat halt zu hoch, Kollege. So. Das dürfen sie nicht vergessen. So. Das dürfen sie nicht vergessen. Genau. So, jetzt sind wir hier. Wir hatten auch hier eine Wand irgendwann, ne? Da oben. Ey, jo, was? Oh, fuck. Ja, das ist auch meine Intention. Oh, fuck. Sehr gut. Komm her. Kommt. Kommt. Ah, fuck. Ich kann nicht timen. Meine Naht tut auch gerade ein bisschen weh, weil ich schon sehr trocken, ne? Von der ganzen Krankheit. Oh, fuck. Deswegen gibt's mir noch mein Bestes. Fuck. Fuck. Und tschüss. So, jetzt aber. Die regen mich schon ein bisschen auf. Wie? Die machen ja gar nichts. Oh, tschüss, meine Freunde. Hey, Moment mal. Sehr gut. Ne, ne, da war nix, Freunde. Da war nix. Ihr könnt nach Hause gehen. Moment mal. Moment mal. Ja. Yeah. Ihr habt auch euren Tod gefunden. Effekt hoch. BD, wirf mir ein Stimm rüber. Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternenzerstörer im Vektor kommt hierher. What? Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Wir, da kommt Versuch. Oh. Oh, das sind zwei. Ja, dann kämpfen wir mal. Oh, Bombe. Fuck. Komm her. Komm her. Fuck, verfehlt. Nein. Junge, die Kamera. Der größte Feind. Ja, schon. Einer down. Ey, ey, ey. Fuck. Wieso? Heil dich doch. So. So. Scheiße. Der wollte dich nicht heilen. So, warte. Erstmal dich. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, fuck. Das habe ich gar nicht gesehen. Nice. Ne, 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 ist alles gut. Das tank ich noch. Das tank ich noch. Fuck. Sehr gut. Hallo, Kollege. Tschüss. Wir haben es geschafft. Wir sind verdammt stark geworden. Er hat auch unser Schiff. Und wir rennen dahin. Ich muss auch meine Nase putzen, Alter. Ja. Rennen, rennen, rennen. Huch. Ach da. Upsala. Tschö, Lego. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracker war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint. Ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. So, kurz Nase geputzt. Dann machen wir jetzt, glaube ich, das nächste Kapitel weiter.